Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Video für euch, das auch total oft angefragt wurde, neben meiner Schmingsammlung. Und zwar habe ich für euch heute meine MAC Lippenstiftsammlung. Insgesamt besitze ich 22 MAC Lippenstifte. Das ist natürlich schon eine Menge. Das heißt, wir haben heute auch einiges vor. Ich werde euch die Lippenstifte auf meinen Lippengusswatch zeigen und werde euch natürlich auch den Namen und das Finish einblenden. Damit dieses Video nicht zu lange wird, würde ich sagen, fangen wir gleich an und los geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.